Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, heute mal. Und zwar bin ich jetzt in Köln hier. Zwar ziehe ich ja jetzt gerade um, weil ich ja den Quereinstieg zum Lokführer mache. Und dann bin ich halt im Regionalverkehr, quasi im mobilen Einsatzleben und werde dann jedes Jahr aber anders eingesetzt. Ich bin jetzt hier von Nürnberg nach Köln gefahren und gehe jetzt erstmal in mein neues Hotel und schaue mal, wie das so ist. Nebenbei erwähnt, liebe ich diesen U-Bahn-Geruch hier, wenn man die U-Bahn runtergeht. Ja, weil es halt immer so ein Flair irgendwie gibt. Ich komme ja aus Nürnberg, da ist es ja nicht so krass, weil da die U-Bahn ja immer so sauberer ist als in anderen Städten, sage ich mal. Aber hier ist schon cool. Okay, also ich bin jetzt hier angekommen in meinem Apartment-Hotel und ich muss sagen, es ist eigentlich echt nass. Man hat auch hier so einen kleinen Bereich und hier hat man Spiegel und hier so eine kleine Küche für jeden möglichen Kram. Und dann haben wir hier noch einmal das Bad. Ich muss sagen, kann man schon machen, ne? Auf jeden Fall schaue ich dann mal, ob ich noch was filmen kann, so aus meinem Alltag in den nächsten Tagen. Seitdem sind meine ersten Arbeitstage, muss ich dann mal schauen. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt auch ein paar Vlogs in der Richtung machen und schaue einfach mal, wie sich das so ergibt. Und ja, auf Instagram, falls ihr mir da nicht folgt, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr mir gerne folgen. Da poste ich auch nochmal die wichtigsten Sachen eigentlich und da kommt auch viel mehr als hier auf YouTube. Genau. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin erstmal. Ciao. Ciao. Ciao.